Zehn Dinge, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie in den Urlaub starten. Auf geht's, nach Italien! Äh, Entschuldigung! Fahren Sie zufällig gleich nach Spanien? Wir sehen uns dann in der Toskana. Zehn, neun, acht, sieben. Wenn wir die essen, dann kommen wir an einen Ort, an dem wir noch nie waren. Arschloch! Und nicht so doll wackeln. Endlich Urlaub! Brauchst du doch was? Pult, Leute! Pult! Pult! So, gut festhalten, was geht los? Und fahr nicht so schnell, ne? Also das Palace-Hotel in Malindi, Kenia. So, komm! So, kannst du ein bisschen nach links? Ja, ein bisschen nach links. Ich hab doch kein Platz hier! Was? Die Sonne? Die Sonne? Die Sonne? Ja, die Kille, aber du hast ja Faktor 50. Gameboy, okay. Ich bin zu spät, zu spät. Gameboy knows it's time. Dann noch mal. ism-up-ids. Bis zum nächsten Mal.